die wunde auch im wald ausgesetzt ich habe wirklich keine anruhe ich bin ich bin jetzt auch wieder wieder zurück ich komme was habt ihr getan wir warten warten sind kurz vorm verhungern ja tut mir leid dass ich gerade ganz kurz ich möchte jetzt schlafen oder nicht ja wie sie sehen sehen sie nichts irgendwie will der nicht gerade vielleicht wird es auch wieder helfen ich muss dann mal eben was essen sind ja ich habe ich habe noch etwas über den viertel ja ich muss gerade was machen ich habe mich gerade gestoßen man ja nie mal laden also irgendwie will der wirklich nicht dass wir schlafen gerade das spiel verhindert dass wir miteinander schlafen ich bin heute mal wieder sollte es mal wieder regnen lassen wir müssen noch mal jagen gehen und unsere sachen hier auffüllen da brennt wieder jemand ja ich bin da mal direkt durch ins wasser das fleisch was davor liegt bitte nicht nehmen das ist verdorben ja unsere wasser vorräte sind leer habt ihr denn nur so nebenbei gerade die letzte das letzte teil gefunden von der pistole da habe ich wundert dass ich bin wenn ich ehrlich bin ja dass ich neben markus zu weg das ist kaputt so ich habe schon wasser versenkt ja das ist gut wir haben auch gar keine kaninchen mehr und gar nichts mehr momentan wir sollten uns vielleicht erst mal um unsere vorräte kümmern ja wie viel zum beispiel teil 4 so hm guck mal ich glaube es wird gerade eh hell ja und dann renne ich jetzt noch mal los vielleicht für mich da wenn er das tor aufgehen würde dass sie da jetzt einfach mal stehen das gute ist dass wir in der kirche ja auch noch schutz haben da nicht rein oder ne da gehen die auch nicht rein wird gerade hier verfolgt die ränder war wirklich alle immer auf die kirche zu ist das irgendwie ist es ist das so gedacht ja hast du hast vergessen dass sonntag die greift aber wirklich die kirche gerade auch an wie stark ist denn die pistole das weiß ich nicht 23 schuss sind die gut und meistens bin ich jetzt mit der glande nummer 2 ich glaube den ersten hat gerade schon erledigt das interessiert die gerade einfach nicht einer schon mal tot das aber doch immer einer ja so ein fettsack hier hinten ja den habe ich gerade mitbekommen ich wusste ich habe gar keine reichweite die war die kugeln nicht doch zu der brüller ist die ist das nicht da habe ich gerade in der kirche umgeschmissen der kerl also zwei habe ich gerade auf den einen abgeschossen so also hier am dorf die piste das haben wir schon aber welches fehlt dann fehlt auch eins ansonsten ich muss die ich also ich muss das nicht unbedingt haben also geht doch mal durch einfach ob ihr die welche teile hier fehlen ich habe alles schon hingelegt und dann ich habe teil zwei drei ja mir auch wie fehlt auch teil 4 ich kann ja auch noch mal gucken also ich muss jetzt die person nicht unbedingt vollständig haben teil 2 habe ich teil 5 habe ich teil 6 habe ich teil 3 habe ich teil 1 habe ich teil 7 habe ich teil 8 habe ich also fehlt mir glaube ich auch teil 4 wenn ich jetzt recht im sinn habe ich kenne die halber Der hat mir meinen Mutanten geklaut. Mensch Jungs, ist hier doch Mutanten für alle da. Streitet euch doch nicht. Es ist genug Mutanten für alle da. Ja, das ist die Frage, wo findet man Teil 4? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, welches ist das? Ja. Ich google mal kurz. Das müsste ja... Wie gesagt, ich wundere mich halt, dass ich alle habe und ihr nicht. Wobei wir, glaube ich, die ganzen Teile gemeinsam gesucht haben. Aber ich glaube, das ist irgendwie groß. Ja, eigentlich haben wir keinen nicht groß, irgendwie. Mysteriös. Das ist irgendwie großartig. Das ist irgendwie großartig. Und das ist irgendwie großartig. Das ist irgendwie großartig. Ich kann mich nicht großartig. hier auf dem Bild so schlecht erkennen bei Google. Ich gehe jetzt erst mal wieder zurück zur Base. Vielleicht sollte man mal gucken, dass wir das ganze Zeug mal zu Ende gebaut kriegen, laufen. Ach witzig, jetzt ist die blaue Fahne plötzlich wieder da, diese eine Markierung. Ich habe hier eine Seite gefunden, wo alle drinstehen, alle Teile. Ich schicke die mal gerade in die Dings rein. Aber mit den Pistolenteilen hatten wir doch zusammen angefangen, oder nicht? Ja. Definitiv hier. Ich habe sie gerade mal in die PSN-Gruppe geschickt. Da stehen alle acht Teile drin, wo man sie findet. Genau, weil es besser in die Basel, wo man angegriffen wird. Ja. Ich gehe jetzt mal hier oben auf den Turm. So, Moment. So.